Im Einsatz bist du emotional unberechenbar. Du verwechselst Mut mit Übermut. Ich werde dich nicht versetzen. Du hast einen Sohn, den du nicht kennst. Er sucht deine Nähe und er braucht keinen Befehlsgeber. Er braucht einen Vater. Jetzt geht und macht euch eine gute Zeit. Wir sind gecrashed. Zwei Überlebende. Weißt du, wo wir sind? Nein, Sir. Das ist die Erde. Im Heck unseres Schiffes ist ein Notfallsender. Etwa 100 Kilometer von hier. Wir müssen diesen Sender bergen. Sonst sterben wir. Die Temperaturen auf diesem Planeten unterliegen gefährlichen Schwankungen. Alles ist dazu mutiert, Menschen zu töten. Zusammen werden wir überleben. Ich hab was gehört. Ich verfolge eine Lebensform, die sich dir nähert. 50 Meter. 20. 10. Sie hat dich gefunden. Wir müssen diese Mission abbrechen. Das würdest du keinem anderen Ranger befehlen. Du bist kein Ranger. Du bist mein Sohn. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Denkt daran. Gefahr ist etwas Reales. Aber Angst ist eine Entscheidung. Wenn wir überleben wollen, müssen wir kämpfen. Chi-Tai!